Heute sprechen wir darüber, wie du deinen Lehrer überzeugst, wenn es darum geht, deine Mitarbeitsnote nachzuverhandeln. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und heute sprechen wir darüber, wie man eine mündliche Note richtig nachverhandelt. Das ist nämlich definitiv möglich, das ist das aller aller wichtigste, ich sag immer, beim Mindset fängt es an und das gilt natürlich auch für so eine Nachverhandlung. Wenn du sowieso von vornherein denkst, ah der Lehrer, der gibt mir eh nicht eine bessere Note, auch wenn ich da lieb frage und so weiter, dann wird es nicht passieren. Wenn du aber wirklich denkst, okay, vielleicht kann es ja wirklich klappen, dann kannst du dem Ganzen auch eine Chance geben. Und ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen, ich habe wirklich konstant, also reihenweise, immer wieder, immer wieder, Halbjahr für Halbjahr, da haben wir noch einen Punkt mehr, da haben wir noch zwei Punkte mehr. Und das summiert sich natürlich einfach auch über die Zeit und ich habe es beispielsweise bei meinem Bruder gesehen. Mein Bruder hatte jetzt schlussendlich, der hat dieses Jahr Abitur gemacht, nach all den Halbjahren hat ihm genau ein Punkt zu 1,4 gefehlt. Und dann hätte er eigentlich nur in einem Fach vielleicht mal ein oder zwei Punkte mehr in der Mitarbeit gebraucht und er hätte die 1,4 bekommen. Und deswegen denkt auch nicht, ah das sind ja bloß ein, zwei Punkte, das macht keinen großen Unterschied. Vor allem, wenn sich das auch noch ansammelt über die Jahre, dann kann das einen ganz, ganz großen Effekt haben. Deswegen sollte man sich darüber unbedingt Gedanken machen. Wie gehen wir jetzt die ganze Verhandlung also richtig an? Grundsätzlich erstmal solltest du natürlich im Vorhinein schon überlegen, wie du das Ganze angehen möchtest. Das ist super, super entscheidend. Weil wenn du einfach nur reingehst und sagst, hallo Herr Lehrer, ich hätte gerne 13 anstatt 11 Punkten in der Mitarbeit, dann denkt sie sich so, okay, und das wird einfach nicht funktionieren. Deswegen ganz wichtig, bevor du überhaupt zum Lehrer hingehst und deine Note vielleicht erstmal nachfragst und dann eben versuchst zu verhandeln, solltest du erstmal um eine ganz klare Bedingung sicherstellen. Und zwar, dass außer dir und dem Lehrer im Idealfall niemand im Raum ist oder zumindest alle außer Hörweite sind. Weil wenn du mit dem Lehrer in die Diskussion gehst, dann ist es einfach wichtig, dass der Lehrer sich sicher fühlt. Und deswegen das als aller, aller, aller erstes Kriterium, weil dann auch keine Mitschüler dann einschreiten können und sagen, ey, warum, das gilt doch nicht und ich will auch nachverhandeln und so weiter. Wodurch du kein Problem bekommst und vor allem natürlich auch nicht der Lehrer. Weil der Lehrer denkt sich, okay, fuck, wenn ich jetzt dem einen Person einen Punkt besser geben will, dann wollen alle einen Punkt besser. Und dadurch, dass eben niemand da ist oder zumindest niemand hört, gehst du einfach gleich dem Faktor von vornherein aus dem Weg. Wenn du dann zum Lehrer hingehst und deine Note fragst, dann ist der allererste, ganz, ganz wichtige Schritt, dass du den sogenannten Flinch auspackst. So nennt sich das in der Verhandlungstaktik. Und zwar bedeutet das, du gehst beispielsweise, wir nehmen jetzt mal an, du hättest gerne 13 Punkte und der Mitarbeitende, du hast nur 12 bekommen. Ja, das ist so eine realistische Möglichkeit, die auch sehr machbar ist, dass man das auch nochmal besser bekommt. Also du gehst zum Lehrer hin, fragst deine Note und dann sagt der Lehrer, ja, für dieses Halbjahr habe ich dir in der Mitte bei 12 Punkte eingetragen. Dann kommt der Flinch. Der Flinch bedeutet, es ist quasi eine negative Reaktion auf das, was dein Gegenüber gesagt hat, also was der Lehrer gesagt hat. Das bedeutet, der Kleine 12 sagst du, oh, okay. Also, dass der Lehrer gemerkt, okay, das ist jetzt eigentlich nicht so das Ergebnis, womit du gerechnet hast. Das Entscheidende bei dieser Reaktion ist aber, dass der Lehrer nicht das Gefühl hat, dass du ihm sauer bist oder dass du ihm einen Fehler unterstellst. Also nicht so, hä, was, kann gar nicht sein. Das ist, genau die Leute, die so reagieren, kriegen keine bessere Note. Sonst geht darum, dass der Lehrer nicht das Gefühl hat, dass du sagst, er hat einen Fehler gemacht, sondern dass er selbst sich denkt, anhand von einer Reaktion, hm, okay, vielleicht ist die Note so vielleicht doch nicht zu 100%ig angemessen. Deswegen einfach nur so, okay, ja, hm. Und dann kannst du eben jetzt in die weitere Verhandlung einsteigen, die wir jetzt besprechen. Und zwar bitte, 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 bitte. Komm niemals mit Argumenten, ja, aber der hat auch 13 Punkte, ja, aber der haben sie auch das und das gegeben, der hat sich überhaupt nicht gemeldet. Juckt kein, juckt überhaupt kein, es geht um dich. Und vor allem in dem Moment, wo du sagst, ja, aber die Person hat das auch bekommen, sorgst du nur dafür, dass der Lehrer Gründe finden wird, um seine Entscheidung zu bekräftigen. Das ist das, was die Leute nicht verstehen. Denken immer, oh, wenn ich halt, wenn ich genug Fehler beim Gegenüber finde, dann muss er es hier irgendwann einsehen. Nein, je mehr du jemandem erzählen willst, dass er einen Fehler macht, desto stärker versucht er dir zu erklären, dass es richtig ist, was seine Position und seine Überzeugung nur stärkt. Das bedeutet, wenn du 12 Punkte bekommen hast, dann sagt er, aber der haben sie auch 13 gegeben, dann sagt der Lehrer nicht, oh ja, ach so, ja, dann gebe ich dir auch 13, sondern sagt, ja, nee, sie hat sich da aber noch mehr gemeldet, da aber noch mehr. Und was deine Position einfach immer nur weiter senkt, deswegen taktisch total unklug. Das bedeutet, du sprichst stattdessen nur über dein eigenes Engagement. Aber auch nicht mit, ich habe doch so viele und wie können sie nur, niemals, niemals Vorwürfe machen. Also wirklich einfach so, jetzt übergehend vom Flinch, also von dieser ersten überraschten Reaktion, einfach so, oh, okay, ja, ich hatte jetzt eigentlich schon mit vielleicht so, auf jeden Fall 13 Punkten gerechnet, weil ich habe mich jetzt, also mein Gefühl sagt mir schon, dass ich mich sehr viel angestrengt habe. Ich habe mir das eigentlich das ganze Halbjahr über vorgenommen, wenn du natürlich das ganze Halbjahr auch über wirklich Gas gegeben hast oder auch wenn es schon in den letzten zwei Monaten war, sagst du, also vor allem in den letzten zwei Monaten habe ich mich halt eigentlich wirklich bemüht und deswegen hätte ich jetzt schon 13 Punkte auch als fair empfunden. Also so formuliert, nicht? Sie müssen mir aber 13 Punkte geben, weil ich habe mir so viel Gas gegeben, sondern einfach so, das hätte ich einfach als fair empfunden. Sprich, da geht es dann einfach darum, dass der Lehrer eine gewisse verstärkte Sympathie gegenüber dir empfindet. Also dass es nicht so ist, sie haben auch was falsch gemacht, es ist einfach so, ich habe mich eigentlich angestrengt und mein Gefühl sagt mir eigentlich, dass das ist und das fair. Wenn du sagst, hm, ja, okay. Und dann kannst du natürlich noch weitere Taktiken einbauen, beispielsweise, was sehr, sehr gut funktioniert, ist es einen stärkeren Kontrast zu erschaffen. Also wenn du beispielsweise jetzt 12 Punkte hast und dann ist es gerne 13, dann versuch nicht immer zu verhandeln auf 13, ich hätte aber gerne 13, ich hätte aber gerne 13, sondern sag einfach mal so, also ich verstehe ja jetzt, dass es jetzt keine 15 sind, so sehe ich auch so, aber 13 wäre meiner Meinung nach schon angemessen, weil das dem Lehrer auch wieder zeigt, okay, der will nicht einfach nur auf 12 kommen raus, die beste Note, die er bekommen hat, weil du gibst ja selbst zu, dass es keine 15 waren, aber du meinst einfach ganz ehrlich, dass es wirklich 13 Punkte waren. Und der Punkt ist ja auch der, es geht ja nicht darum, zwangsläufig durchgehend die Lehrer zu manipulieren, sondern wenn du wirklich auch das Empfinden hast, dass es so ist, dann ist es umso besser, weil du es viel überzeugender rüberbringen kannst. Und dann, wenn du auch grundsätzlich natürlich mit dem Lehrer gut stehst, dann kann es auch immer mal Sinn machen zu sagen, ja, wissen Sie, ich habe mich jetzt eigentlich voll angestrengt und der Punkt ist halt der, wenn ich halt jetzt 13 anstatt 12 hätte, dann hätte ich halt einen Punkt mehr und das würde dann meinen gesamten Notschnitt auf das und das ziehen, weil jeder Lehrer kennt es ja auch, wenn Entscheidungen knapp sind und so weiter und dann erhöht ihr da einfach nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass der Lehrer dir nochmal die bessere Note gibt. Aber dann, ganz zum Schluss von der Verhandlung, der allerwichtigste Move, den jeder falsch macht. Und ich habe ihn irgendwann in meiner Schulaufbahn auch irgendwie erst spontan in diesen ganzen Gesprächen gemerkt, wie viel Power da drin steckt. Und zwar sagst du dann beispielsweise als allerletztes, du läufst den ganzen Vorgang, wie wir ihn besprochen haben, sagst dann eben zum Schluss nochmal, ja, wissen Sie, wenn ich halt jetzt noch einen Punkt mehr bekommen würde, hätte ich insgesamt eine bessere Note oder den und den Notenschild und ich bräuchte das unbedingt und so weiter. Und dann sagst du, aber es liegt natürlich vollkommen in ihren Händen. Weil, was du dadurch kreierst, ist, dass du nicht mehr sagst, aber ich kann über meine Note spielen und so weiter und das quasi dem Lehrer so versuchst, deine Meinung aufzuzwingen, sondern es ist vielmehr so, das ist mein Gefühl, es würde mir mega viel helfen, wenn sie mir einfach noch einen Punkt mehr geben könnten, aber am Ende sind sie der Lehrer, so, da will ich ihn auch nicht reinreden, aber nicht so nach dem Motto, okay, das Ganze ist vorbei und ich akzeptiere das so, sondern einfach so, am Ende liegt es einfach in ihren Händen, so, das müssen sie einfach entscheiden. Weil, was du dadurch machst, ist, du nimmst dich selbst komplett raus, wirst wieder viel sympathischer dem Lehrer gegenüber und der Lehrer ist jetzt der Einzige, der die Entscheidung trifft. Das ist also nicht mehr der Lehrer gegen dich, du sagst, ich will 13, er sagt, nein, 12, 13, 12, weil das funktioniert nie, sondern sagst, wissen Sie was, es ist vollkommen ihre Entscheidung, sie sind im Prinzip der Experte in diesem Fall. Weil dann ist, das was bei der Entscheidung rauskommt, wenn er 13 gibt, ist er einfach netter Lehrer im Prinzip und bei 12 ist er einfach so ein bisschen hartnäckig und ein bisschen unsympathisch. Wenn du davor aber die ganze Zeit so einen Konflikt hast, dann würde er in dem Moment, wo er die 13 Punkte, so gesagt, die Verhandlung verlieren und das will niemand. Und wenn du es dann aber schaffst, hey, vollkommen ihre Sache, dann muss der Lehrer im Prinzip diese Entscheidung vor seinem eigenen Selbstbild, vor seiner eigenen Identität abklären. Und wenn du dann einfach merkst, und wenn der Lehrer sich dann sagt, ja komm, das ist immer halt mal nicht so, komm, komm, gebe ich dir die 13 Punkte noch. Und das hat bei mir sehr, sehr oft sehr, sehr gut funktioniert. Wie gesagt, es geht nicht zwangsläufig darum, durchgeht die Lehre zu manipulieren, sondern wenn ihr wirklich das Gefühl habt, hey, das ist einfach jetzt gerechtfertigt und wenn du dich auch wirklich Mühe gegeben hast, dann kann das eine super, super Methode sein. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie eure Erfahrung damit ist, was ihr vielleicht auch schon an Tipps zu bei Notenfahndungen rausgefunden habt. Da können bestimmt auch alle anderen sich wieder vielleicht ein paar Scheiben abschneiden. Deswegen haut das gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg, da noch ein paar Pünktchen in den jeweiligen Fächern rauszuholen. Ansonsten glaube ich, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Leo.